Mohammed Al-Fayed ist tot. Er wurde in den 80er Jahren zunächst weithin bekannt als Besitzer des Londoner Nobelkaufhauses Harrods. Traurigen Ruhm erlangte er aber durch einen Todesfall. Mohammed Al-Fayed's Sohn Dodi war mit der britischen Prinzessin Diana zusammen. Beide kamen aber 1997 in Paris bei einem Autounfall ums Leben. Dieses Ereignis nahm Al-Fayed noch lange mit. Jahrzehnte zuvor war der Ägypter als Geschäftsmann reich geworden und zog nach England. Al-Fayed wurde 94 Jahre alt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017